ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nice, bin drüben. So, Leute. Ich war eben auch drüben, dann hat mich die Wellen noch geholt. Ist das auch schief bei euch? Ja. Was ist das denn? Warum habt ihr das schief gemacht? Das machen wir nicht. Bleib doch oben! Ich komme nicht von dem Stein, weil die Wellen zu hoch sind. Alter, diese Wellen, ne? Ihr habt jetzt den Sinn geschafft, wenn ich gerade aus war, jetzt rinke ich... Ne, gar nicht. Nein, Tobi, dein Ding steht im Weg. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Nein. Oh, ganz los. Nein, jetzt bin ich schon ins Wasser zu. Los. Los. Ne, Checkpoint. Ja, ich kann einfach nicht fahren, weil die Welle kommt mit dem Auto ist kaputt, oder was? Nein. Ich war schon auf der Insel drüben. Nein. Er hat den Checkpoint. Vielleicht sollten wir das nochmal neu starten, ohne das Wetter. Nein. Ich schwimme das so. Ich spawne und bin sofort alt. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden, weißt du, wir sind ja auch schon weiter vorne. Ich kann das streamen. Ich kann das streamen, ne? Ich komme eben einfach spawne. Nee, du kannst nicht spielen. Spawne. Das kannst du halt jetzt nicht schaffen, ne? Ich spawne und bin sofort alt. Du hast ja eben die ganze Zeit trainiert für. Um nicht jetzt... Ja, aber hier kam ich auch nicht vorbei. Um jetzt hier einfach der Letzte zu sein, ne? Nein, nein. Alter, das ist doch nicht wahr. Ich guck euch nur von oben zu, ey. Ja, guck mich mal an. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Bisschen. Nein. Welche Richtung muss ich da hinten? Alter, nein. Hab ich's grad mal geschafft. Guys, seht ihr das von da drüben? Ja. Ja. Jetzt fahr hier hoch. Komm schon. Ne, Luca. Nein. Fahr hoch. Fahr hoch. Oh Gott, da kommt grad ne Welle, ey. Nein, nein. Lukas. Nein. Das ist einfach abgeprallt von dieser Wand. Man bleibt ja immer noch eine Zeit lang im Wasser so. Ja. Ja, man kann dem Wasser ein bisschen fahren. What? Alter, geil. Keine Ahnung, da kommt ne fünf Meter hohe Welle. Die überrollt mich hoch. Fuck. Die kommt wie die Zeltel. Oh Gott, die Welle, ey. Ich hab extra auf schönes Wetter gestellt. Ich werde euch jetzt so im Grunde um den Boden fahren. Ich hab aber nachtgemacht. Keine Wetten. Schade, Lukas. Hat das... So Malte, dann zeig uns mal deine Skills. Selbstverständlich. Du kennst mich ja. Oh. Das ist ein... Mach dir das schon mal. Oh. What? Was? Ein bisschen abgewürftet. Interessantes Skills. Die Konkurrenz, die... ... schaltet sich schon mal selber aus. Ich glaub das funktioniert nicht. Nee, ich glaub das geht nicht. Was? Probiert der denn? Ich weiß nicht wie viel Speed man dann nehmen sollte, damit das funktioniert. Mehr als das zumindest. Ey, Alter. Ja, Mann. Ja. Die See... ... dreht sich halt trotzdem hier komplett. Boah. Als wären die Wellen jetzt kleiner so, ne? Nein. Lass mich mal kurz vorbei, du. Hau rein. Oh. Meint ihr Scherz? Meint ihr Left? Was? Nö? Nö? Nö. Bei mir nicht. Bist du mir auch nicht? Nö. Ja, die Wellen, Alter. Die Wellen hat mich abgerockt. Auf jeden Fall schon mal oben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal mein Part von eben. Ja. Ich bin schon dreimal ins Wasser gefahren. Ah, Alter. Alter, was macht denn ihr? Bin ich dumm? Ja. Nein. Das ist... Wenn man mit zu viel Schwung auf die Rampe geht und einfach nach rechts rausfällt. Was macht ihr denn? Der beschlägt sich einfach, oder was? 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 Ey, was soll's? Da geht er mit dem. Warum beschlägt er sich jetzt? Zweimal. Ich dachte das so leicht, Malte. Nein. Nein, Lukas, ich habe nur gesagt, das ist nicht leicht mit dem Scheißteil. Das ist alles. Das hab ich vorhin einfach mal so direkt mitgemacht, ne? War schon ziemlich cool. Ich dreh die jetzt für euch alle. Jetzt sehen wir die Schanz aus. Warum seid ihr schon so weit? Ich komm hier jetzt grad nicht rüber, ne? Aber ich kacke mit. Können die Wellen mal weggehen hier? Ich will sehr gerne fahren. Oh, was? Was ist denn mit der Rampe los? Warum beschleunige ich mich immer übelst nach rechts raus? Ich kann halt nicht über diese Schrampe, weil da immer Wasser ist. Und sobald ich fahre, ertrinke ich. Fahr einfach. Nee, ich bin grad auf volle Kanäle. So, Guys, direkt drüben. Haut rein. Ich zeig euch noch meinen Mittelfinger. Tobi, du bist grad übrigens wegbeschleunigt worden bei mir. Alter, dieses Game, ne? Soll ich auf euch warten hier auf der anderen Seite? Nee. Ich bin ganz rüber, oder was? Ja, natürlich. Fahr einfach. Ich bin fassen. Ich bin schon mal beim checken, man. Ich komm nicht weiter, weil hier Wasser ist. Jetzt reicht mal Null. Wenn du auf-talks, ey. Komm mal zurück und schau mir zu. Nee, nee, nee. Es geht nicht. Ich fahr nicht. Ich fahr nicht. Das Wasser ist minimal hoch. Ich fall sofort vorne über. Irgendwas ist, weil du so fett in-game bist, meine. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung in-game. Ich schwör. Also, bei mir hat das gut funktioniert, Malte. Du musst halt kurz warten, bis das Wasser ruhig ist, und dann fährst du einfach. Ohhhh. 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 So. Ohhhh. Ich glaub, das wird neue Bestzeit von mir, ey. Das ist ja auch schon ein ganz Takt. Das ist hinter dir. Hast du geschafft? Riechst du den Mittelfinger schon? Hast du schon geschafft? Ja. Alter, tut mir leid. Aber das ist einfach mal umläng einfacher hier mit dem Bike, als mit dem Fort. Ja, ist aber immer noch der letzte, der Malte, weißt du. Ja, aber... Guck mal, jetzt hab ich's im ersten Versuch direkt zu dem so'n Checkpoint schon mal geschafft. Tausendmal besser als zuvor. Ja, jetzt sind wir auch nicht mehr da, um dich zu blockieren, oder so. Hä? Was ist mit der Autobahn hier los? Wir mussten halt noch gegeneinander kämpfen, so. Ah, komm mal. Komm mal, wirklich. Dieses Motorrad ist einfach viel zu langsam für diesen Berg, ne. Denkste? Ja, ich steh gleich, wenn er noch langsamer fährt, ey. Musst du ein bisschen hin und her fahren. Ich glaub, das liegt daran, weil ich Erster bin. Als Zweiter hat man ja so'n Boost zum Aufholen, weißt du. Ich glaub nicht. Oder du bist in meinem Windschatten. Lukas! Ich wollte nur sagen, dass ich diese Strecke jetzt grad übers Wasser im ersten Versuch geschafft habe. Wie er lügt. Das ist gelogen. Keiner hat das gesehen. Ja, ich bin schon am Ziel, ne. Hä, wo ist denn der Checkpoint? Ich hab irgendwie so geile Rapmusik, das ist das Perfekte hier. Was? Geile Rapmusik am Laufen, ey. Alter! Ich komm halt an den Strand und steig erst mal vom Motorrad. Ja, meiner auch! Meiner ist einfach abgestiegen. Einfach so'n Jubelschrei, weil der's zum ersten Mal geschafft hat. Ohohohoho. Erwehe, den Checkpoint hab ich nicht gekriegt. Doch, nice. Hä? Ich kann die Kamera nicht weiter hoch stellen irgendwie. Sehr geil. Ja, ja. Wir haben auch schon versucht hoch zu gucken. Ich seh nicht so hoch. Wo ich hinfahre. Weißt du, wo seid ihr denn da? Von am Berg, ganz oben. Das wird sicher sehr viel einfacher von jetzt an. Ja, ja. Nein. Warum ist der Verkehr? Das hat grad noch gefehlt. Wie lang brauchst du denn, um vom Wasser dahin zu fahren? Ja, da waren so Steine, über die man springen sollte. Und durfte gar nicht überspringen. Echt? Du hast sowas Erfahrung mit der Strecke hier bereits, ne? Wie oft hast du schon gespielt? 8 Mal. Weil ich jetzt zum dritten Mal hier bin, ey. 15 Mal. Weil ich einfach so'n Skiller bin. Und das direkt beim ersten Mal schaffe. Jedes Mal. So, hier berghoch. Ja, einfach berghoch. Ganz easy. Ich bin Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wer geht's? Wie komm ich denn da hin? Oh. Ach, YOLO. Augen zu und runter, Mann. Was ist los? YOLO, wenn man erstmal vollgas den Berg runterfährt. Oh, tot. Oh, ich glaub, meiner säuft ab. Ne, geht's. Der säuft mich noch nicht, Will. Ah. Wo bist du noch nicht? Dass ich den Berg runterfahren kann. Ich muss immer noch hoch. Ich weiß nicht, ich bin jetzt hier bei diesen drei Containern. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das denn hier weiter? Hä? Bist du vor mir? Ne. Den ersten Sprung vom Container quasi. Ach so. Ja, einfach geradeaushüpfen. Ja, ich bin eben gerade irgendwie dann den Berg runtergefahren. Nach rechts, weil das Bike so wollte. Ist aber schon ein bisschen steiler hier, ey. Hat's mit deinem Quad bestimmt richtig Spaß gehabt. Ja. Alter, diese Neger rappen grad richtig ab hier. Oh. Ja, ich hab die ausgestellt schon. Ne. Hä, wo ist denn der nächste Check? Muss ich den Berg wieder runter? Nee. Du musst über den rechts fahren. Erstmal nur hochfahren. Eigentlich bist du nur am hochfahren, die ganze Zeit. Vielleicht mal so ein bisschen nach links und rechts, aber... Ja, ja, da bin ich gerade dabei. Oh, nein. Wie ging's denn hier weiter? Ich komme, Lukas. Riechst du schon den Mittelfinger? Oh, ich bin da ja gestorben gerade. Aua. Nein, nicht hier runter. Mal schauen. Mal schauen. Was muss ich denn... Muss ich diese Container als Sprungschanze benutzen? Oder was, Neja? Wieso nicht, aber... Wie könntest du? Hä, wieso bist du denn vor mir jetzt? Ach, ne, bist du gar nicht. Ich bin einfach nur den Berg hochgeraten. Die Strecke führt einfach nur hier lang, okay. Hilfe! Lukas! Lass das Rennen doch mal mit Treckern machen. Ja. Oder mit Bussen. Ich würde sagen, an der nächsten Schanze, da wo wir eben gewartet haben, warte ich nochmal auf euch, ne? Oder mit dem Kalahari. Ich bin gar nicht so weit. Go Kalahari! Kalahari, ey. Das ist halt dafür gefahren, ey. Wo seid ihr denn? Wie könnt ihr denn so weit hinten sein? Der Müller, ich mach das zum ersten Mal hier. Was ist denn ein Problem? Krieg ich euch von hier oben? Muss ich dann nur noch irgendwie wieder hochkommen. Hier liegt nochmal eine Blutlarche. Bin ich so ein bisschen als Schmiermittel da drauf. Also ich bin wieder da, wo wir eben waren. Oh, halt, halt, halt. Wir gehen jetzt lang. Komm mal auch langsam, aber sicher. Ja, ich auch. Oh je. Jetzt geht's doch wieder bergab hier. Vielleicht. Bremse! Bremse! Riechst du meinen Mittelfinger, Meister? Nee. Wenn du hinter mir bist. Der Wind riecht noch... Ah, ah, ah. Hab ich meinen Po gehabt. Glaub ich den beiden in den Po? Da hab ich zur Kacke drin. Beste werden... Die waren so live. Ich wünsch, die gab's dann entfernt. Die wär viel besser als die anderen. Wie ging das denn jetzt hier weiter? Ach, scheiße. Wo ist denn der nächste Checkpoint? Wie war das nach der... Nach der großen Rampe, Lukas? Rechts irgendwie hoch, ne? Ja, ist das denn? Kannst du den sehen von mir? Wahrscheinlich. Also ich bin auch immer noch am hochspringen. Ich bin irgendwie... Hä? Oh, hä? Der Typ hat sich die eigene Klinge ins Gesicht gehauen, oder so. Weißt du die? Ups. Bist du aber über den Stuhl angefahren? Ja? Oh? Oh? Nein! Komm ich hier noch hoch? Wie ist denn jetzt noch? Ooooooh! Wie ist denn jetzt noch? Wie ist hier runter? Wie ist denn jetzt noch ein bisschen... Wie ist das denn so? Wie ist das denn?